Diese Darstellung ist gefährlich. Kommen Sie, Enid. Wir schneiden es. Während Großbritannien von einer Welle verdorbener und korrupter Horrorvideos überrollt wird, besteht die Gefahrfiktion und Realität zu verwechseln. Hat Ihnen das nicht zugesetzt? Einige dieser Szenen waren so übertrieben. Ich tue es, um Menschen zu beschützen. Vielleicht könnte Enid meinen neuesten Frederick-North-Film ansehen. Er ist im Archiv, er ist harmlos, ich verspreche es. Es ist eine Schauspielerin. Ich habe dieses wirklich starke Gefühl und denke, dass sie es ist. Wir müssen einen Weg finden, loszulassen. Ich wüsste es, wenn sie tot wäre. Du hast dich nie genau daran erinnern können, was damals passiert ist. Könnte vielleicht ein simples Trauma sein. Sie wären überrascht, was das menschliche Gehirn alles ausblendet, wenn es die Wahrheit nicht erträgt. Das ist komplett hysterisch. Vielleicht können Sie mir helfen. Ich bin auf der Suche nach Filmen von Frederick-North. Ihr wisst, falls sie jemand entführt hat, ist sie noch da draußen. Was passiert dann mit Alice? Das ist streng gehalten. Die Leute denken, dass ich den Horror erschaffe. Das Grauen ist bereits da draußen. Ich bin auf der Suche nach.